Hello, people! Willkommen zurück zu Let's Play. Hi, PamarioDry! Okay, wir fangen jetzt mit der zweiten Welt an. Wow, shit. Die so gleich mit ein paar kleinen Gemeinheiten aufwartet, sieht man ja hier. Zack. Na, dankeschön. Du Koopa-artiges Koopa-Viech. Warte, da ist doch unten was. Ich seh's doch. Haha. Wow. So, du kannst mich nicht treffen. Zack. So, komm her. So, hier haben wir Yoshi. Nein, 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 nein. Stopp. Stopp, du Viech. Unter. Wow. Ich wusste jetzt nicht, was da unten ist. Und was war das? Zack. Und aufessen kann man dich nicht, oder? Nee. So. Hui. Also, hier waren die Blöcke. Ich erinnere mich. Und zwar relativ sinnlos eigentlich. Jedenfalls haben die Blöcke keine tiefere Bedeutung. So, und hier kann man da ein Spinjumps machen. Und rein mit dir. Ich weiß nicht, wann man nicht durch diesen komischen Block da durchkommt, der... ...durch diesen Custom-Block. Wahrscheinlich ist das wieder irgendwie sowas... ...zeitartiges. Ich weiß es nicht. ...zack. So. Komm her. Und plopp. Plopp. So. So. Okay, somit kann man sich das Level ja auch etwas... Ach so, da war doch ein Leben. Das hatte ich irgendwie vergessen. Naja. So. Jetzt können wir uns das Level jedenfalls schön einfach machen. Indem wir... Indem wir da drüber fliegen, wie wir lustig sind. Das ist doch schön. Ach so, da ist noch ein Leben. Wundert mich gerade, wie viele Leben hier so rumschweben. Okay. Zack. Okay. Wir machen erst mal das Level. Mit bösartigen Kettenhunden allerdings. Und auch hier gibt man mir wieder eine schöne Gelegenheit, die ganze Kacke zu überfliegen. Das finde ich freundlich. So. Stürb. Stürb. Okay. Die Messagebox lese ich sowieso nicht. Weil ich kann das ja nicht in Ziffern und so weiter und so fort. Und ich finde es komisch, dass bei diesen Münzen, wenn da schon extra angezeigt wird, da ist was, dann ist da doch nichts. Oder wie. Das finde ich sehr strange. Zack. Zack. Stürb. Stürb. Und zack. Wow. Hilfe. Na ja, jedenfalls passiert dir nicht viel. Ein eher langweiliges Aua-Level. Und ich bekomme jetzt als Strafe dafür, dass ich so etwas gesagt habe, meinen Yoshi abgezogen. Das finde ich nicht sehr sozial. Lass mich in Ruhe, du Kettenköter. Na, geht doch. Du hast mich in Ruhe gelassen, du hast mein Gebiet erhört. Okay, Secret Exit. Ich glaube, dann machen wir doch lieber das Ghost House erstmal da oben. Ah, ich glaube hier, das hat ein etwas gemeines Secret Exit, wenn ich mich recht erinnere. Ah, habe ich irgendwelche Federn gebraucht, ich erinnere mich. Vielleicht sollten wir erstmal das Normal Exit machen. Um dann möglichst Ruhe zu haben. So, Leute. Rein mit dir. Ah, so. Diese Schlange haben wir auch immer später noch. So kann ich euch schon mal sagen. Ich will nur jetzt an die Yoshi-Coin da oben. Ja, die müssen wir nämlich für das Secret Exit irgendwann später hierhin machen, wenn wir einen P-Switch haben. Nur die Frage ist, wo kriegen wir denn einen P-Switch her? Jetzt müssen wir nur noch diesen dämlichen Raum überstehen und dann ist alles gut. Zumindest, wenn wir das Normal Exit haben wollen. Ich habe gesagt, ich werde jetzt erstmal das Normal Exit holen. Wow, scheiße. Ja, das kommt davon, wenn man unbedingt die letzte Yoshi-Coin haben will. So. Mann. Okay. Ich überlege jetzt gerade, ob ich eine Planänderung durchführen soll. Aber ich meine, hier gab es doch Federn, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja, hier gab es Pilz. Und da gab es Feder. So, und hier gab es noch eine Feder. Ich glaube, ich mache trotzdem erstmal das Normal Exit auch. Wenn ich Federn habe, könnte ich jetzt das Secret Exit machen. Aber das ist ein bisschen mies. Mein Gott, und das war so ein unnötiger Hit. Und das genauso. Warum spawnen diese Scheißgeister nicht rein? Das hat mich immer an denen genervt. Die sind manchmal ziemlich unberechenbar. Na gut, wenigstens können die das nicht machen, wenn man klein ist. Machen die das zumindest nur höchst selten. So. Den Normal Exit hier zu haben, bringt einem so gut wie gar nichts. Aber der Vollständigkeit halber muss man das doch machen. Der wahre Grund, warum es dieses Level gibt, ist der Secret Exit, sage ich euch jetzt schon mal. Und der ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Wobei, man kann jetzt erstmal die erste Hälfte ganz normal machen. Beziehungsweise überfliegen, weil die erste Hälfte für das Secret Exit nicht relevant ist. Und gut, dass ich dir jetzt nicht sterben muss. Ich kann ja auch einfach das Level verlassen, bevor dergleichen geschieht. So. Du fetter Geist, du kannst nichts. Du bist schlecht. Und schon sind wir wieder an der dementsprechenden Stelle von eben. Ach, verdammt. So, jetzt kann ich das Level verlassen, um mir wieder richtig Federn zu holen. Federchen hier und zack. Geisterhaus. Kein mit dir. So, und jetzt, um das Secret Exit zu kriegen. Da muss man... Fliegen. Ja, man muss da tatsächlich... Während man von diesen dämlichen Geistern belästigt wird, da irgendwie hochkommen. Ja, indem man eben hochfliegt. Ja, aber das ist nicht so ganz einfach, wie man hier sehen kann. Mein Gott, das war ein unnötiger Tod. Und ich bin ein bisschen erkältet, wie man vielleicht schon gemerkt hat. Ich weiß nicht. Jetzt haben wir unsere beiden Federn wieder. Und diesmal werden wir das richtig... ...machen. Yes, geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Also, da oben ist ja der Schlüssel, sieht man. Wobei man den Schlüssel nicht braucht. So, jetzt... ...müssen wir noch die Geisterschlange machen. Und da sollten wir uns nicht bei vertun. Denn das war der letzte Fehler, der uns noch hätte unterkommen können. Und dann kommt man zum gelben Switch. Also, ich glaube, das ist so gedacht. Erstmal... ...soll man hier... ...das hier machen und dann... ...das ist doch ganz hübsch gemacht, eigentlich. Okay. Wollte eigentlich auf das Teil fliegen. Aber das ist mir wohl nicht gelungen. So. Das Level ist auch nicht so ganz einfach. Dankeschön, ihr dämlichen Viecher. Stirb. Du auch? Denn du bist genauso minderwertig wie deine Kollegen. Hier ist schon mal der Schlüssel noch für das Secret Exit. Ihr fragt euch sicherlich bestimmt, wie soll man da durch diese Blöcke kommen, wenn wir Wasser haben. Die Frage werde ich euch gleich beantworten. Es gibt da nämlich so ein Gimmick in diesem Level. Stirbt, ihr Viecher. Vielleicht will nämlich wieder mal keiner. Da, 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 da. So. So. Aber jetzt dürfen wir den Midway Point erreicht haben. Ja, dem ist tatsächlich so. So. Nein, 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 du dämlicher Fisch. Dich werde ich töten. Denn du bist es nicht wert zu existieren. Und du auch nicht. So, hier haben wir eine Art X, dessen Zentrum eine Yoshi-Coin bildet. Wir machen ja hier jetzt erstmal den Normal-Exit. Leute. Zack, zack. Hier haben wir hübsche Blöckchen, wo nun Kohle drin ist. Ah ja, und hier sieht man es jetzt zum ersten Mal. Ja, den hier kann man nämlich machen. In diesem Level. Und jetzt kommt der Secret Exit. Ihr werdet schon ahnen, was jetzt kommt. Stichwort Backtracking. Ich habe euch eben nämlich gar nicht gezeigt, wo man einen Schlüssel holen kann. Das werde ich wohl jetzt nachholen müssen. Ich habe da so einen gewissen Bonusraum übersprungen, sage ich jetzt einfach mal. So, Leute, stirb. Stirb. Okay, haben wir jetzt den Midway-Point. Pio. Also bisher verläuft alles nach Plan ohne Tode in diesem Level. Wow. Aber davon sollten wir uns nicht zu sehr ausruhen. Aber so, wir sollten lieber jetzt auch den schwierigeren Exit holen. So, hier kann man nämlich rein. Da bin ich eben bewusst nicht reingegangen. Aber außerdem kann man diesen Raum ganz gut benutzen zum Leben farben. Falls einmal die Leben ausgehen. Okay. So, deswegen werde ich hier jetzt einfach mal alle Münzen einsammeln. Weil das lustig ist. So. Ihr ahnt sicherlich schon, was man jetzt machen muss. So, erstmal die 5. Yoshi-Coin. Ja, und dann muss man das Wasser hier ablassen. Ich finde es komisch, dass diese Ripp von Fischviechern jetzt auch noch an Land funktionieren. Ja, die sind wohl besonders hartnäckig. Wow. Aber wenigstens sind die normalen Fische jetzt komplett machtlos. Und dann muss man den ganzen Weg jetzt mit dem Schlüssel in der Hand so zurückgehen. Und wenn man hier den gelben Switch nicht hat, hat man die Arschkarte. Deswegen habe ich den eben schon mal zuvor gemacht. Also man braucht hier bisher beide Switches, um den hier erledigen zu können. Okay, und ich hoffe, ich habe jetzt nicht verkackt. Denn ich brauche, glaube ich, noch einen Pilz, um euch durch diese Böcke graben zu können. Hoffentlich gibt es hier nochmal einen Power-Up. Ne, Leute. Dann habe ich verkackt. Also bedeutet, ich werde mir jetzt erstmal wieder Federn holen. Und wow, warum taucht hier jetzt auf einmal so ein Block auf? Das ist relativ komisch. Ah so, habe ich vielleicht eben die Umrandung nicht gesehen? Könnte sein. Naja. Das macht das Federholen in diesem Level noch einfacher, weil noch schneller. Okay, dann werden wir das jetzt nochmal probieren. Und wir durften jetzt auch keinen Zeitmangel oder sowas haben. Wegen, weil wir ja am Midway-Paint anfangen dürfen. So, soll ich jetzt wieder die ganzen Münzen ansammeln? Eigentlich kostet das ja Zeit, aber ich mache es trotzdem, weil das schön viel Leben bringt. Seht ihr ja schon, ich habe ja jetzt schon 20 Leben. Dank dieses hübschen Bonus-Raums. So, komm her. Zack, zack. Wow. Das Mal sollte man genau auf diese grünen Viecher und auf die ripfern Fischviecher aufpassen. Denn die schweben hier immer noch rum. Also nicht zu hastig hier. Zack. Na gut, ohne Roten-Switch könnte man das noch schaffen, wenn man mit der Feder fliegt. Aber ohne Gelben ist das ziemlich unmöglich. Dankeschön. Ich habe euch auch lieb. Ich werde erst mal dich töten. Damit du mir nicht auf dumme Gedanken kommst. Genauso wie dich. So. Geschafft. Im nächsten Part werden wir hier oder hier weitermachen. Je nachdem, welche Laune ich habe. So Leute, das war es dann für diesen Part. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.